cls intel gaming level 1 pc ist ein strenger spiel pc er ist auch allrounder pc er hat front usb 3.0 zweimal usb 2.0 all-in-one karte lesegrät 24 fach multi dvd brenner ein terabyte srth festplatte 8 gb ddr3 ram eine schnellere intel prozessor geforce gt 740 grafikkarte er hat auch genügend erweiterung umgleichkeiten rückzerte hat er ps2 anschluss viermal usb 2.0 anschluss zweimal usb 3.0 gigabit lang 7.1 sound hdmi dvd vg anschluss er hat betriebssystem mit allem treiber und neueste update er ist sofort startbreit er hat zwei jahre voll grantee und drei jahre lang service wir bieten auch express service wir haben eigene werkstatt wir bieten auch vor ort service sie haben auch möglichkeiten ihre konfiguration selbst zu bestimmen sie ist seit 21 jahre ihre partner Vielen Dank.